Oh Mann Das schön ist, jetzt wo ich die Kamera habe, habe ich einen Spiegel. Siehst du mir schick aus? Beauty Palace, noch hier meinen schönen handgemachten Spiegel Duckface oder wie das heißt? Keine Ahnung Ist ja der größte Schrei Gut Ähm Ja Freedom Episode 2 Level 2 Level 2, Level 2 So, hier wurde man gleich von der Zahn beschissen Oh, wir haben es geschafft Boah, Alter, Leute! Leute! Boah, Alter, ist aber gut hier! Hey, komm, wir fangen an! Wollt ihr mich fangen an? Oh, doch Aaaaaah Stopp jetzt! Also Was?! Wir werden von allen Seiten beschossen... Wo soll ich denn da hingehen? Es ist vorbei, es ist tot! Okay, ich glaube jetzt haben wir einen relativ niedrigeren Spot. Boah, Alter! Meine Fresse, was ist denn hier los? Oh, da ist noch einer. Oh, Alter! Von wo denn? Alter, ich höre nicht, dass der andere und einer schießt, aber man sieht nicht von wo. Ah, von da! Boah, Alter, was ist denn schon wieder? Wo schießt denn der hier? Ich sehe hier keinen! Hier ist keiner! Oh, goh! Oh, 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 oh! diese textur ich glaube ich lösch die die ist so behindert okay alle weg level geschafft das waren 20 gegner wenn die restlichen 100 genauso sind ich habe mir gedacht das ist aber feierend hier nöt aber auch danke ich freue mich nicht war das gut ich weiß es nicht es war nicht gut ich habe keine ahnung was das war oh fuck off die scheiße ja ist ja hier nicht mehr normal ja hey von wo denn willst du jetzt haben dass ich von da unten beißen kann das ist ja keiner ach hier vorne boah alter ist doch da ist er da ist er da sieht man ihn ganz klar schuldig habe ich wieder meinen kopf noch falsch rum auf noch einer hier jetzt bloß der eine gott wie nervig gut die frage ist wie kriegen wir jetzt die andere feater hierher gelockt gar nicht oder ne man kann nur da lang oh alter leute ja wie machen wir das mal da gibt es hier unten geht es nicht übersehen aber es gibt drei sequels vielleicht ist eines von den sequels der geimer weg um die scheiße zu überleben keine chance da aber den du 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 Ah, oh Gott, Alter. Ach, wow, ja, jetzt sind wir also hier oben. Alter, ist das behindert, ey. Kein Secret. Kommt man nicht durch. Wow. Kommt man auch nicht durch. Oh Gott. Ich bin immer wieder erstaunt, von welcher Entfernung die einbeißen können. Also, das ist... Okay. Oh, fuck. Was? Oh Mann, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, mach das auch heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber was hat denn der Schalter erst gemacht? Ich glaube, vollkommen ist wie ein Schalter neben nur extra um eine Folle auszulösen. Ah, okay. Gut. Ein Hund bei draußen auch schon wieder rum? Och Mann, Alter. Ich bin immer mehr. Ich bin immer mehr. Gut, fangen wir schon mal die gelbe Karte. Die bringt uns zur anderen Seite. Was? Was? Ich hab doch hier alle... Oh, da sind da auch wieder welche gespawnt. Ich weiß, das ist ein Todesurteil, aber... Wow. Ahem. Bin ich nicht mit einverstanden. Hm. Aha, da ist noch eins. Komm, nein. Ich will endlich einen Supershotgun haben. Wir haben gar nichts. Oh, Alter, wie viel? Alter, man kann drüber übertreiben. Wow. Oh, Alter. Durch die ganze gleiche Sicht ist hier gar nichts mehr. Kann ich da hin? Nein. Oh, Alter, Leute. Das ist doch nicht mehr normal hier. Ich seh gar nichts. Das ist auch wieder so ein Ding. Wetter, das wollen wir wieder auch hören, weil da hoffenweise Gegner. Na gut. Sicher, ich hab schon zu speichern. Was? Der war doch gerade alles zu. Oh. Wo kommst du denn jetzt her? Wow. Was wurde? Alter, wie viel sitzt denn da hinten? Alter, es ist aber gut hier. Halt, stopp. Oh. Oh. Wie komm ich da hoch? Nirgendwo. Ja, wow. Ach, leck mich doch. Geht doch. Oh, Mann. Oh. Oh. Das war's. 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 war's. Das war's.